so ein wunderschön ja ich bin ein bisschen gespalten also nicht gespalten aber das wird ein ganz ganz kurzes video und zwar status update wir haben es tatsächlich geschafft diesmal wieder bis 970 zu kommen diesmal tatsächlich mit der leichtigkeit und wir haben wieder 40.000 auf der runden karte aber diesmal guck mal hier oben wir haben 9 e 42 gold das reicht noch nicht aber wir haben ein paar missionen und jede davon hat mehr als 85 gold das heißt folgendes wir werden alles so lassen wie es jetzt ist ich werde heute höchstens noch versuchen ihn ein bisschen hochzuleveln weil hiervon wird heute nicht mehr fertig also ob gesehen von dieser drecks mission da aber die mission die uns hier das ganze gold einbringen sind alle frühestens in vier stunden fertig problem ist wieder in vier stunden ist es bereits ein einziger also definitiv jetzt wo ich nicht aufnehmen sondern das wird dann wieder eine sache für morgen früh aber dafür haben wir endlich die startmöglichkeit damit dass wir morgen früh das machen können was ich heute früh machen wollte und zwar ihn kaufen oder sie kaufen einer das schöne ist dabei egal ob einer stück oder nicht dadurch dass jeder in der lage ist alleine mehr als 45 85 zu liefern würde bereits einer von den vier ausreichen damit wir den kaufen können die anderen drei sind also dann gleich da um ihn noch weiter zu leveln das ist geil wir können wir gucken was so viel geld sind na gut drei stück einmal natalie ok dann haben wir noch grant und gegen video ja das soweit zu dem thema und dementsprechend würde ich jetzt tatsächlich sagen wir machen hier jetzt heute erst mal gar nichts mehr ja noch heute gar nichts mehr sondern er sagt die folge ist quasi auch schon wieder vorbei ich werde ihnen hier noch ein bisschen leveln vielleicht mal gucken und ja der rest wird morgen früh geschehen ist das einzige was halt noch offen wäre ist das hier dann müssen wir mal gucken das problem ist selbst wenn das hier also wenn es abgeschlossen ist und da schon eine gold mission bekomme und die innerhalb der nächsten zwei stunden fertig sein wollte also wenn eine zwei stunden mission wäre und ich damit auf 85 gold kommen würde wäre es halt blöd für mich dann aufzunehmen weil ähm auch in zwei stunden ist es schon wieder halbölfe wo ich mir denke nee um die zeit würde sie nicht unbedingt aufnehmen es kann aber durchaus sein dass das hier wieder ein zweiteiler wird werdet ihr dann gleich sehen wenn ich noch eine kleine aufnahme ran hänge aber nee lass mal nicht machen nee ok gut in dem sinne ja das hier nur kurze update folge das heißt also morgen früh wird rumsen morgen früh werden wir zum ersten mal ihn hier kaufen auf jeden fall ähm und die restlichen können wir dann nutzen wie gesagt um gleich mal schön hoch zu leveln ähm ich weiß wenn man einen neuen helden kauft dann wohnt er sowieso immer erstmal rein wir haben also sowieso wieder eine kleine insta kill phase wir werden mit ihnen auf jeden fall ohne hilfsmittel alleine level 1000 knacken und wie gesagt die anderen drei sind dann noch da um ihn quasi noch weiter zu boostern und dann werden wir also morgen mit da gucken wie weit wir insgesamt mit ihm gekommen sind äh halt mit ihm gekommen sind und ja bin ich also schon auf morgen freundlicherweise schon gespannt und ich weiß nicht wir brauchen hier 30.000 für die nächste wenn wir davon ausgehen dass eine so knapp 50.000 mittlerweile kostet dann würde das bedeuten wir bräuchten hier noch mindestens 40.000 sind die frage ist da wir immer noch in der session trainer sind und uns jetzt sind mittlerweile alle alleine eine session äh ein primal boss fast 2000 euro soll es gibt vielleicht schaffen wir es mit ihnen sogar die es soweit zu prügeln dass wir tatsächlich schaffen hier auf 100.000 euro soll zu kommen ich glaube es nicht aber wir werden mal gucken wie weit wir kommen 100.000 besucht müssen umgegriffen aber 60.000 wenn wir auf jeden fall erreichen davon gehe ich mal aus 60.000 auf jeden fall 70.000 geht schon so und dann wie gesagt einfach mal gucken wie weit wir kommen und von daher soll es das mit der aufnahme jetzt auch schon gewesen sein wir sehen uns dann morgen früh zum freudigen einkauf wieder schau mit v